Moin Freunde Wir starten den Traveler's Rest wieder rein und ich will einen ganzen Haufen Gästezimmer bauen Draußen regnet es noch, aber es sind ein paar Lebensmittel fertig, zum Beispiel Aubergine Oh Gott ist das laut Oh Zwiebeln Kartoffelpommes, Maiskolben Zwiebeln Hm, okay Okay Okay, wir fällen den Puffboy eben So Yo Hoi What gate Also um noch eine lustige Story zu erzählen Ich bin eben gerade ins Badezimmer gegangen, wo meine Waschmaschine lief Und ähm Halt dich fest Oh Kacke, wieso ist die ultra langweilig Ich habe gerade eine Minute damit verbracht, eine Klopapierrolle wieder aufzuwickeln Weil die Waschmaschine es irgendwie geschafft hat, eine komplette Rolle Klopapier abzuwickeln Und dann machst du das Badezimmer auf, weil die Waschmaschine fertig ist Und da liegt dann so ein Berg Klopapier komplett an der Waschmaschine runter und einfach so einen Haufen Nee, die Bei mir ist das ein bisschen kacke, warte Äh Hier ist die Toilette Und hier ist die Waschmaschine Und hier ist eine Wand Und ähm Ich hatte eine Rolle einfach hier stehen Und die ist gewandert hier hin Und hat dann Hier so einen Haufen Klopapier abgerollt Also die war komplett voll Die stand da einfach nur War aber anscheinend der Klebebereich nicht fest Und hat sich dann komplett abgewickelt War aber Wohin 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 So, ich könnte dir natürlich im Hintergrund anbieten. Dass wir wieder mit Devil spielen, das musst du aber selbst wissen, da steht dir natürlich vollkommen offen. Was? Was? Auch Malo. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, haben ein paar Kerzen schon noch gehoffen. Ach ja, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber Angebot mit Medieval steht auf jeden Fall. So, ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Okay, passt perfekt, ich habe gespeichert. Also, switchen wir jetzt um. Okay. 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 Hallo. Hallo. Gestern war übrigens mein krassester Stream überhaupt. Wieso? Durchschnittlich elf Zuschauer. Junge, voll gut. Ja. Über sieben Stunden gesehen, ne? Jaja, deswegen. Das ist halt schon echt mega gut. Ja. Das ist auch was ich ein bisschen krass finde ist ich hab fürs Affiliate musst du ja diese Achievements sammeln, ne? Mhm. Wo hatte ich das denn? Ähm. Warte mal. Letzte 30 Tage. Irgendwo konnte man das doch sehen. Was ist hier? Ach Mensch. Ah. Äh, hier. Äh. Habe 75 Zuschauer im Durchschnitt. Mhm. Ich hab auf 150 Stunden äh. Drei Zuschauer im Durchschnitt. Das finde ich ein bisschen krass. Das sind fast... Wenn der ihn gestern so reingehauen hat, ne? Jaja. Das sind aber, ne, ich... Was ich eher meinte, das sind 450 Stunden, die sich Leute angeguckt haben. Achso. So. Äh. Wenn ich mich in Medieval eigentlich in Plastikfolie einwickeln, die jeglichen Schmutz abperlen lässt. Bestimmt. Gibt bestimmt Mats dafür. Plastik gibt's doch bestimmt schon im Mittelalter, oder? Äh. Obwohl Kautschuk dürfte es wahrscheinlich geben, aber... Ich glaube nicht, dass du da irgendwas machen kannst. Ich glaube auch nicht, dass es Kautschuk hier gibt. Dafür ist das Biom irgendwie nicht vorhanden. Ja, das glaube ich auch. Auf was hast du den Schmied jetzt eigentlich eingestellt? Ich hab den gar nicht eingestellt. Ich hab nur gesehen, dass du da irgendwas für Kupferbarren eingestellt hattest. Nee, ich hab da gar nichts eingestellt. War ich das? Wahrscheinlich. Ich bin so glücklich, dass ich es getestet habe. Heil, Freund. Cool. Ähm, könntest du in der Mine kurz schauen, wie viel Zinnerz wir am Tag machen? Einen Moment, du. Äh, kann ich nicht. Ach nee, kannst du nicht, weil ich drin bin. Genau. Aber ich kann den Amboss nicht mal ansprechen. Äh, vielleicht war ich gerade in der Verwaltung von den Linken. Ah, okay. Ähm. Oh, wir machen 26 und 27. Heißt, wir können bei den Kupferbarren auf 13 am Tag gehen. Und sind, äh, können wir auch auf 13 pro Tag gehen. Das ist gut. Ah. Äh, wir sollten hier definitiv, äh, noch jemanden einstellen, damit wir mehr fertigen können. Ja, äh, ich wollte gleich nach, äh, Pistovia laufen. Da können wir neue Quests annehmen. Sehr gut. Wo sehen wir eigentlich, wie viele Steuern wir zahlen müssen? Auch in der Verwaltung. Ah. Okay. Äh, 15, 45, 40. Äh, 15, 40. Äh, 40. Äh, 40. Äh, 40. Äh, 40. Äh, 40. Äh, 41. 43. 44. 45. Da gucke ich nochmal eben, ob ich irgendwas zum Ver gettin ast in die Kauf mitnehmen kann. Oh. Brauchen wir Eisenbarren brauchen wir ja nicht, ne? Nee, erstmal noch nicht. Die kannst du mitnehmen. Ich habe im Single-Fair festgestellt, dass ich definitiv zwei Schmieden brauche. Eine, die nur Barren herstellt und eine, die nur Werkzeuge herstellt. Ansonsten kommt man nicht hinterher. Oh, krass. Kannst du dann eigentlich einstellen, wie viel er machen soll? Also nicht, sondern ich sage jetzt mal, unser Lager hat insgesamt fünf Eisenspitzhacken und er soll immer auf fünf aufrüsten oder sagt man einfach nur, okay, wir verbrauchen pro Tag drei Spitzhacken, ähm, ja. Ähm, wir können nur festlegen, ähm, wie viel die am Tag von den Spitzhacken produzieren sollen. Ah, okay. Und das, das kommt dann immer so ein bisschen drauf an, wie viel Eisen wir halt produzieren am Tag. Das muss man da dran anpassen. Mhm. Das wird eine sehr lange Tour. Schöpchen. Schöpchen. Schau. Aber die Hexenhütte sieht echt geil aus. Ja. Und war das mit den neuen Bäumen nach einem Jahr oder nach zwei Jahren? Nach zwei Jahren. Und das wird richtig gut aussehen. In meiner Singleplayer-Welt sind nämlich gerade alle nachgewachsen. Mhm. Richtig gut. Ich laufe jetzt mal mit fast vollständiger Überladung nach Pistovia. Mhm. Oh, ein Holzfällerlager. Siehst du, wo ich stehe? Ähm... Ja. Hier kann man noch looten. Ich bin auf meinem Weg. Okay. Loot, 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 loot. Genau. Also du kannst da auch die Baumstämme mitnehmen anscheinend. Ja, ich werde es mir anschauen. Okay. Sollten wir dann schon gleich in der Stadt einen zweiten Schmied rekrutieren? Äh... Ja, ich glaube, das wäre sinnvoll. Geht okay. Also vorausgesetzt, da ist halt jemand mit Produktion 3. Mhm. Äh... Das sind unsere Menschen. Alles gut. Ich habe mich überhaupt nicht erschrocken. Ja, da finde ich, dass man von diesen eingefallenen Zelten das Leinengewebe nicht mitnehmen kann. Das wäre sehr cool. Oh, hier gibt es. Da müssen wir uns angucken. Schneemann. Mhm. Oh, von denen kann man Karotten klauen. Oh, wow. Aber dafür, dass ich vollständig überladen bin, bin ich recht fix hierher gekommen. Im Schummelmodus. Was? Wie kann ich dir so lange helfen? Stimmt doch gar nicht. Mhm. Das ist nur gesteckter Input. Das hat nichts damit zu tun. Mhm. Mhm. So, der erste Händler ist leer. Oh, wow. Oh, es ist Hugh again. Kann ich dich interessieren, in ein paar meiner Wehrs? Und der zweite Händler ist leer. See you soon. Ja, deswegen müssen wir das hinterher über die Marktstände machen, weil gerade wenn wir dann, ähm, Eisenwerkzeuge verkaufen, ähm, da bringt ein, eine Eisenachs, glaube ich, bringt 860 Silber. Uh. Uh. Du kannst maximal eine an die Händler verkaufen, teilweise. Ja. Oh. 37 Kupferpfeile, 4 Sperre, 4 Bögen, 4 Kupferexte. Äh, lass mich kurz gucken, wie viel uns das insgesamt kostet, die, ähm, Blueprints dafür freizuschalten. Ähm. Aber wir kriegen 2.296 Münzen dafür. Also wir brauchen für den Bogen 100 Silber. Die Kupferachs haben wir schon freigeschaltet. Ähm. Die Kupferpfeile kosten auch nochmal 100. Und der Kupfersperr kostet 150. Ja, dann für, für die Reputation könnte man das auf jeden Fall machen. Ja, ja, Kupferpfeil und Kupfersperr ist schon gekauft. Ähm. Äh, 4 Bronzehammer. Und wie viel kostet, ähm, das Rezept dafür? Äh, Sekunde. Sieht ganz danach so aus, als ob wir vielleicht zu zweit hierher laufen müssen. Ja, wahrscheinlich schon. Ähm. 200 habe ich auch gekauft. Super. Ja, G6 Füchse. Viel Spaß dabei, das darfst du selber machen. Hm. Gab es hier nicht noch eine allgemeine Quest? Ja. Kannst du Leinengewebe mitbringen? Oder warte, ich muss gucken, ob es Leinengewebe oder Leinengarn war. Ja. Na, hat versucht dein Hund zu, äh, stiften zu gehen? Ähm, nee. Jackie wollte ihr nur klar machen, dass sie ihr nicht direkt immer hinterher laufen soll. Sondern mal da bleiben kann, wo, wo sie ist. Äh, Leinengarn brauchen wir jetzt. Acht Stück. Okay. Ach, sie fegt. Ah, das kriegen wir nur von dem Spitzhacken-Hai. Das ist Leinengewebe, oder? Was denn? Das Leinengarn? Ja. Äh, kann auch sein von der Woll, äh, Woll-Dame. Ja, die Wolltante hatte nur, ähm, äh, Klamotten. Habe dann da offensichtlich nicht her. Ach, wo ist denn der Typ? Boah, ich guck mir gerade... Guck mal bei mir in den Stream rein. Ja. Hallo Zuschauer. Hallo Zuschauer. Ja, nee, geigen nicht. Ähm, ich finde diese Option hier richtig geil. Also, wir setzen die Traverne, wenn das auf den Steg geht, und dann wie hier zwei Steg-Elemente links daneben, eins rechts daneben, damit man hier noch außen rum laufen kann, und da drauf dann die Küche. Ja. Und dann kann man hier halt noch so einen Vorplatz machen, wie hier jetzt. Das sieht mega aus. Ja, das sieht gut aus. Ja. Ähm, du müsstest mehr Leinengarn mitbringen. Ähm, mehr. Mehr. Hm. Zu den acht kommen nochmal, äh, vier. Also insgesamt zwölf. Leinengarn. Okay, habe ich gekauft. Ähm. Sonst noch was? Mh, nö, ich glaube nicht. Okay. Ich liege in einem Bett. Äh, ja, ich liege mir sofort hin. Ich leg mich jetzt einfach zu fremden Leuten ins Haus, das wird schon gehen. Ja, ich habe mich hier ins Krankenhaus gelegt. Ja, dann passt das. Und Zuschauer, was geht bei dir? Ja. Ja. Ich weiß nicht, wann die neue Suppe kommen wird. Ah, du hast Bienchen gezüchtet. Okay. Produktion 3, Alter 22, männlich. Äh, ich hätte hier zwei mit Produktion 3, beide 22 Jahre alt. Einpacken. Beide? Ja. Und dann hätte ich hier noch Diplomatie 3, Norberta, Alter 22. Hallo da. Haben wir genug Häuser? Ja, das sollte kein Problem sein. Ich bin mit Färben gestern erst neue gekauft. Ich stopfe die direkt in Häuser. Hallo da. Oh, wir brauchen Reputation. Okay, die dritte können wir nicht mitnehmen. Nein. Dann hast du jetzt zwei zusätzliche unreife Kerle dazu bekommen. Toll. Vorhin noch einen Stream mit Space Engineers geguckt. Ich habe mir gestern da noch ein Video zu angeguckt. Da wirst du ja bescheuert bei. Drogumiel. Da sind sie Drogen schon wieder. Drogumiel? Okay. Kommt zusammen mit Biclava. Oh Gott. Wie Biclava. Also uns fehlen nur noch die vier Speere und die vier Bögen. Achso, Moment. Bronzerhammer waren das, ne? Ja. Ah, du weißt nicht, warum ich mich zurückhalte mit dem Spiel. Ich glaube, da wird sehr schnell dann meine Frustrationsgrenze erreicht, was ein bisschen blöd wäre. Weil so an sich sah das Spiel, oder sieht das Spiel ja richtig nice aus und genau das, worauf ich Bock hätte. Fabriken und so weiter aufbauen. Ja. Das ist der Grund, warum ich dieses Spiel ganze siebeneinhalb Stunden gespielt habe. Weil es dann direkt frustrierend wurde, weil du nicht wusstest, wie du weitermachen solltest oder überhaupt weiterkommst. Ja. Ja. Ähm, wie viele Bronzerhämmer sollten wir machen? Vier? Ja, lass mich luken. Hammerhart. Drei. Jo, sind auch fertig. Okay. Ich bin jetzt auch zurück mit dem Garen. Schnaufi, schnaufi, schnauf. Ja. Oh, und wenn wir die eine Mission abgeben, haben wir ja ganz viele, ähm, Punkte. Und, äh, äh, ne, Münzen. Und können uns die, den Steg kaufen. Hm. Und zu späer. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Kupferbarren. Okay. Hast du noch irgendwas Richtung Bogen oder so? Was meinst du? Ähm, ich muss ja noch Füchse jagen. Ach so. Ja, ich hätte einen Bogen für dich bestimmt. Wo bist du denn? Äh, beim Lager. Ähm, Pfeile müsstest du... Ach, ne, hier. Ne, Moment, das sind die Kupferpfeile, die wir brauchen. Ähm. Ich hab noch einen Eisenpfeil. Ja, sieben sind da noch drin. Ja. Ja, ich hab dir den auf den, äh, auf den Boden geworfen. Okay. Ach, Steinsperre brauchen... Oh, ist das nervig. Mir fehlt noch genau ein Kupferbarren. Okay. Damit ich den letzten Sperr noch machen kann. Willst du die Quests dann abgeben, weil du sowieso schon, äh, gerade das Geld noch hast? Ja. Dann, ähm, packe ich dir die ganzen Sachen... Pack die mal beim Schmied in die Truhe. Okay. Stimmt. Ich glaube, das ist einfacher. Ja. Du kannst natürlich auch... ... ... ... Du kannst natürlich auch mit auf Jagd kommen, ne? Das ist ja jetzt nicht... Nee, nee, die Füchse darfst du ruhig gerne machen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, wenn du das alleine machst. Super. Oh Gott, ist das viel. Ich glaube auch, das ist ein sehr einfacher Auftrag mit den Füchsenzuschauer. Aber ich glaube, das werden wir jetzt so im Nu schaffen und sind nicht die nächsten vier Stunden damit beschäftigt. Also du musst natürlich online bleiben, bis wir alle Füchse erledigt haben, ne? Das Ding ist halt, die sind super schnell. Du siehst sie kaum, weil sie so klein sind und grundsätzlich immer in irgendwelchen Büschen verschwinden. Oh. Und wenn du nicht hinguckst, beißen sie dir in die Wade, drehst du dich um, rennen sie wieder weg. Okay. Dann ist ja eigentlich die Jahreszeit perfekt dafür. Ja, stimmt auch wieder. Ist heute Abend aber wieder los. Die ganzen sind enge Grenzen gesetzt. Ja. Mani muss auch los. Um 17 Uhr. Angeblich. Ey, ich muss wirklich los. Vielleicht auch erst um 17.30 Uhr mal gucken. Ach. Ja, erst wenn die Füchse alle erledigt wurden, ne? Also in einer Stunde kannst du dann schon anfangen mitzuhelfen. Mhm. Ich gucke gleich wieder. Ich hole mal was zu essen. Okay, guten Hunger. Könnte man nicht Filter setzen? Da sind Füchse. Okay, bringen wir erstmal die Kram weg und dann gehen wir auf Fuchsejagd. Doch. Ich kriege da bestimmt welche. Okay. So, dann können wir jetzt die ersten Quests abgeben. Und den hier. Der one. Droh mir. Und jetzt noch die Füchsejagen. Da sind welche. So. Dann haltet mal alle die Augen offen. Dass wir hier die Füchse kriegen. Okay. Okay, holen wir erstmal den Pfeil wieder. Prallt er einfach nur ab. Die驚le. Also. Dann are wir ebenfalls. Okay. Danke. 能ustre. Eins. Weiß, wir können hier auch noch einen Karnickel schlachten. Oh, wir holen uns ein paar Pilze und ein bisschen Fleisch rein und ein bisschen Leder. Okay, von dem kriegen wir kein Leder. Na ja, wenn die jetzt alle Füchse hier von irgendwem über gemäht werden, wie zum Beispiel von einem Wiesent oder sowas, dann haben wir halt auch keine Chance. Ich befinde mich hier voll im Fuchsgebiet. Aber ich sehe keine mehr. Na, wie viele hast du schon? Ein. Wow. Oh, ich liebe Discord, ne? Ich kann meine Nüsse essen, ohne dass du das hörst. Hallo, Lala. Hallo, Lala. Ich befinde mich auf Fuchsjagd. Und ich esse Nüsse. Ah, ich habe aber einen Fertigkeitspunkt bekommen. Das verrate ich nicht. Das ist ein Geheimnis. Oh Gott. Bestimmt die von Jackie. Weil du die geklaut hast. Absolut richtig. Zwei. Zwei. Wird eigentlich gekennzeichnet, ob man eine komplette Region von Füchsen ausgerottet hat? Aber es sind pro Region ungefähr vier. Okay. Ich habe jetzt die Bitrate übrigens mal auf 8.000 bei mir hochgestellt. Mhm. Weil, wo ich da so durch die Gegend gelaufen bin und von dem Bär verfolgt wurde, ähm, das war schon harter Pixelbrei. Oh, ich glaube aber, das ist normal. Hm. Und bei diesem Enhanced Broadcasting-Dingsbums da, da habe ich mich angemeldet. Da muss ich nur warten, äh, ob und wann die mich freischalten. Hm. Gehen wir mal in die neue Region, das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Oh Mann, der Schmied, der immer sagt, äh, Blacksmith, Whitesmith, it's all the same to me. I'm colorblind. Hm. Oh mein Gott. Ja, so funktioniert's. Nee, die Frosse. Die Aussetzung war es einfach nur, Füchse zu töten und bloß nicht mit einem Löffel. Alter, das, das wird ja unter Tierquälerei fallen. Hm, ich weiß jetzt nicht, ob Elche am Speeraufspießen unbedingt weniger Tierquälerei ist. Naja, den hast du ja relativ zeitnah ja getötet. Hm, der Grabungsschuppen hat schon wieder kein Werkzeug. Oh mein Gott. Nix läuft hier. Das ist schlecht. Oh mein Gott. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Ja, ich treffe die Füchse zwar, aber ich bin dann zu weit weg und mache denen nicht vollen Schaden. Und dann laufen die weg. Ja, der Fuchs ist gerade laut lachend vor meinen Füßen langgelaufen. Da hast du recht. Ja, ich sammle Holz. Oh, lass dir Zeit, wir müssen noch eine halbe Stunde warten. Ah, okay. Weißt du, was ich auch richtig cool fände? Wenn, ähm, wenn um Lagerfeuer herum im Winter das Schnee schmelzen würde. Ja. Dass das so einen gewissen Radius hat, wo dann einfach kein Schnee liegt. Gibt es bestimmt irgendwann Mods für oder sowas. Oh, es gibt schon sehr viele Mods, aber irgendwie finde ich die alle unnötig. Oh, was dann zum Beispiel? Ähm, was ich wundere? Ähm, dass man komplett geskillt und reich startet. Dann das Einzige, was ich vielleicht sinnvoll wäre, wäre, ähm, Rustic Realism Reshade Preset. Das sieht einfach ein bisschen hübscher aus. Obwohl, was auch ganz sinnvoll wäre, wäre Matrix Save Games. Das ist nämlich echt furchtbar, wenn man das verwalten muss. Ähm, man kann das, das Baugebäudelimit auf 500 hochsetzen. Dafür gibt es einen Mod. Ähm. Es gibt einen Mod-Manager. Ja, das ist... Es gibt einen Mod, mit dem man jegliche Technologie direkt von Anfang an freischaltet. Mhm. Ähm. Noch ein Mod-Loader. Nochmal, dass man alle Technologie freischaltet. Ähm. Ganz viele grafische Sachen, die es verbessern. Gibt es einen Animal Food Calculator. Okay. Also nichts, was man jetzt so zwingend brauchen würde. Ja, nee, das definitiv nicht. Oder, dass man das Intro skippen kann, wenn man ein neues Spiel anfängt. Wofür auch immer man dafür eine Mod braucht, wenn man einfach Escape drücken kann. Ja, da könnte ich mir dann eher sowas vorstellen wie... Äh, mit Speedruns oder so. Ja. Ja. Und es gibt einen Produktionsplaner, aber nur auf Französisch. Das ist ja auch kacke. Mhm. So, wir könnten schlafen. So. Oh, aber ich liebe Produktionsplaner. Ja, es würde auf jeden Fall einiges erleichtern, wenn man alles auf einen Blick hat und nicht ständig zwischen den Verwaltungsansichten hin- und herwechseln muss. Ja, das und zum Beispiel, ähm, nehmen wir Satisfactory oder sowas, ne? Oh, ja. Äh, ja. Oder Foundry oder, oder, oder. Da, da. Ich hasse es, wenn du nicht genau weißt, ob das jetzt optimal läuft oder nicht. Wie viele Münzen hast du im Inventar? 1.345. Wieso habe ich 2.660? Weil du, äh, der Inhaber des Safe-Games bist und du hast die Quest-Belohnung erhalten. Echt jetzt? Mhm. Ah. Okay. Schade, ich dachte schon, das wäre ein Verdopplungs-Bug. Das wäre sehr lustig gewesen. Ja. Nein. Leider nicht. Aber ja, wäre so lustig gewesen. Das wäre so lustig gewesen. Jetzt fehlt noch ein Fuchs. Also. Okay. Ich habe noch eine Quest gesehen, äh, bei YouTube. Töte 10 Krähen. Ja, es gibt doch noch Töte 10 Tauben. Äh. Mhm. Wer macht denn sowas? Haha. Also so schwer war das jetzt auch nicht. Aber mit ihrem orangenen Fell leuchten die echt hervor. Ja, gut. Ich habe sie halt nicht im, äh, nicht im Winter gejagt. Ja. Nee, das war gerade, ich habe mich einfach nur gedreht und dann, boop, Fuchs. Nice. Sehr gut. Hm. Oh, es ist dich wieder. Take care. Wieso ist hier noch einer? Ach, abliefern, 70 rote Beete. Okay, das erklärt es, warum ich hier die ganze Zeit immer eine erledigen Quest stehen hatte. Ja. Ich gehe mal nach Klonika, da ist auch noch eine neue Quest für uns. Ich glaube, wir können... Skauki hat nichts und Ostoya hat auch nichts. Hm. Obwohl, bei dir wird auch in Skauki nichts angezeigt, oder? Nee. Bei mir hat nämlich jede Stadt eine Quest. Okay, bei mir aktuell keine. Hm. Ich, äh, lauf mal rum und nimm an. Ja. Ähm. Soll ich die Diplomaten-Tante nochmal versuchen? Obwohl... Ja, weil die jung war. Hm. Ich könnte auch. Ja, nehmt. Ich meine, wir brauchen hinterher welche für die Marktstände. Die brauchen, äh, viele Punkte in Diplomatie. Nee. Hmm. Und wie viel Zuneigung braucht man eigentlich? 100. Oh Gott. Du kannst die Zuneigung aber auch noch gewinnen, wenn die bei uns im Dorf wohnen. Dann musst du die halt erstmal nur in ein leeres Haus packen. Warum werde ich mich dann am Dienstag kümmern, dass ich mir einen Typen angele und mit dem ein Baby mache? Okay. Neues Level Diplomatie. Okay, mache ich erst Diplomatie-Kenntnisse, damit es schneller levelt. Damit wir inspirierende Rede schneller bekommen. Ja, ne? Ähm. Ja. Okay. Äh, Noberta ist jetzt meine Herzensdame, weil ich den Namen cool fand. Ich habe die in ein leeres Haus gepackt und die darf dann einfach erstmal mit im Feldschuppen arbeiten. Naja. Ja. Bis wir die Marktsterne freigeschalten haben, was noch eine ganze Weile dauert. Oh Gott. Loot. ich habe einmal das spiel neu gestartet in der hoffnung dass der sachen macht so was für sachen macht das spiel hier so was wie alle quests wieder anzeigen soll ich nach ostoya laufen und du läufst noch skalki anschließend oder wäre von mir aus gesehen skalki einfacher ich glaube obwohl das ist glaube ich relativ gleich weit weg oder man könnte auch noch geldtechnisch gucken wie weit die fahrt ist neue question okay was sagt die denn aus die quest sprich mit fallis love aus dem fall isle acht das machst du okay willst du zurück ins ich wollte gerade sagen willst du zurück ins dorf laufen und mal gucken ob du eine kupfer sicher herstellst und ich bin ja gerade wege technisch unterwegs ob ich hier hirsch finde ja bitte okay also zuschauer ich kann gespräche führen und mich mit menschen unterhalten das ist nicht das problem so Das war's für heute. Achso, du meinst auch Ellie, okay. Nee. Was für eine hohe Erkundungsreichweite haben die Viecher eigentlich? Die Hirscher sind ziemlich hohe. Das ist ja mal maximal nervig. Mhm. Oh, Wildschwein. Aber ich war eben im Singleplayer richtig geflasht davon, als auf einmal alle Bäume wieder da waren. Es sah einfach so gut aus. Das glaube ich vor allem auch, nachdem wir da so viel wegrasiert haben. Ja. Ich habe aber schon mal überlegt, ob ich die Tage pro Jahreszeit von 15 nicht auf 10 runtersetze. Das sollte eigentlich auch reichen. Ja. Das Ganze nehme ich ein bisschen schneller. Das gilt dann aber erst ab nächster... Ab nächster Jahreszeit. Mhm. Wenn du dir überlegst, dass eigentlich, wenn du die Einstellung nicht anfasst, dann sind es drei Tage pro Jahreszeit. Ja. 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 Was ist das? Perfekt gleichzeitig fertiggestellt. Was? Ähm, die, du hast den Hirsch genau zur gleichen Zeit erlegt, wie ich, äh, die Kupfersichel hergestellt hab. Nice. Ich hab leider ein paar Eisenpfeile verbraten. Ist nicht schlimm. Weil die irgendwo in die Walachei geflogen sind. Ja, ist nicht schlimm. Sehr gut. Sobald, ähm, wir das machen können, würde ich sowieso auf eine, ähm... Armbrust? Genau, eine Armbrust gehen. Viel besser. Ah. Vor allem, weil die nicht so diese Flugkurve von einem Pfeil hat, also so kurvenmäßig. Sobald, ähm, die Kupfersichel hergestellt hat. Warum haben wir jetzt eigentlich kein Feld, was Karotten... wo Karotten angepflanzt werden? Wollten wir das nicht eigentlich machen? Ja... Ich dachte, das hättest du gemacht. Ja. 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 Falschen. So, was? Was will der? Du sollst mit irgendwen quatschen. Ok, gut. Hm. Ja. 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 Ja.h. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Trockenfleisch, Weizenbrötchen und... Ach Gott, wo kriege ich das denn her? Die Weizenbrötchen, oder? Ja. Da müsste so ein... Also, ich weiß nicht, ob die Stadt auch einen hat, aber das ist wie so ein Topf-Symbol. Ja, okay. Ist hier nicht. Also, ab nach Piastovia. Ich guck mal gerade. Ja, doch, das kannst du eigentlich auch kaufen, weil Piastovia ist näher als unser Dorf. Ja. Wie geht's? Oh, Piastovia kostet 130. Ja, fahr einfach hin, bevor du da jetzt fünf Stunden läufst. Ja. So. Oh! So, nächstes Haus komplett fertig verputzt. Sauber. Ähm, bei uns ist eine schwanger. Uh, nice. Ja, unsere Bergarbeiterin. Sauber. So, jetzt kommt ein großes... Ach, Weizenbrötchen, nicht Weizenbrot. Also der Scheiß ist, wir brauchen einen Trinkschlauch mit Wasser. Ja. Mhm, kannst du nicht kaufen. Obwohl, kann ich irgendwo... Bei der hier vielleicht einfach nur einen Trinkschlauch? Deine Perle ist jetzt übrigens die Kräuterhexe. Yay. Ja, ich lauf mal zurück ins Dorf. Ich brauch einen Trinkschlauch. Bei dem Koch kannst du aber normalerweise auch einen... Entweder bei dem Koch oder dem mit der Spitzhacke kannst du auch einen Trinkschlauch mit Wasser kaufen. Okay, dann guck ich bei dem. Wie ist denn bei dem? Bei dem? Mehtflasche. Ton, 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 Ton. Ja, ich glaube, ich lauf eben zurück ins Lager. Lala, das hört sich nervig an. Dass die komplett weggeprügelt worden ist. Das wäre für mich wieder bei Faktorio so ein Punkt von Frust, glaube ich. Bin ich mir aber nicht sicher. Wenn dann so die komplette Verteidigungsanlage weggeprügelt wird. Oh, ich habe mein Lagerfeuer gefunden. Oh, ich habe mein Lagerfeuer gefunden. Ja, ich glaube, dass das dazu gehört. Aber für mich wäre es trotzdem irgendwie so ein Punkt von... Irgendwann hätte ich da keine Lust mehr drauf, glaube ich. Da bin ich mir aber unsicher. Mach das. Was hältst du von dem Ziel, dass man, äh, jedlichen Bauplan und hinterher quasi alles einmal freigeschaltet und gekauft hat? Das als Endziel? Mhm. An sich relativ gut. Das ein... Das einzige Problem, was ich damit habe, ist folgendes. Ähm... Wenn wir am Ende dastehen, sag ich jetzt mal, für uns beschlossen haben, eigentlich sind wir fertig. Müssten jetzt aber noch um die 10 bis 12 Stunden grinden. Nur damit wir es freischalten. Dann wäre ich da nochmal... Äh, ein bisschen dagegen, aber sonst... ...hätte ich damit so jetzt nicht das Problem. Ja, dann schauen wir mal. Da sprintet er vorbei. Ich sehe nur Zwischenhäuser her sprinten. Ich habe mal, ähm, das Geld reingeschmissen. Ja, dann kaufe ich die Stege. Genau, dass man mal guckt, wie das aussieht. Dann kommen wir da nämlich auch endlich mal voran. Genau. So, Lala hat ein Bild geschickt. Das will ich mir nochmal angucken. Das sieht nach einem ziemlich großen Verteidigungswall aus. Okay. Ja, so sieht es auch aus. Vor allem mit den ganzen Geschützen da dran angeschlossen. Ja, so sieht man das. Ich habe nicht so, dass ich mir die Hüber geöffnet habe. Keep your secrets. Ich habe nichts zu. Huh. Ähm, sollen wir kurz schlafen? Ja. Ich hab's übrigens freigeschaltet. Oh, nice. Lasertürme gibt es auch an dem Spiel. Okay. Cross. Pass auf, und jetzt können wir auf den Stegen überhaupt nicht bauen. Ja, warte mal. Äh... Okay. Ich glaube, ich... Wollen wir hier anfangen? Ja, dass man quasi einmal so die ganze Taverne ähm, komplett auf dem Steg hat, ne? Ja, warte. Ne, meine Idee war eher, ähm... So. Ich... Kann das nicht angeschlossen werden? Das ist total furchtbar. Doch, da war es gerade, oder? Ja. Ja. Das snapped into place. Aber ich glaube nicht nebeneinander. Ja, das ist jetzt auch der lange Steg gewesen. Oder, warte mal. Die Kreuzung, ne? Die Kreuzung, ne? Genau, dass man vielleicht die Kreuzung überall hinsetzt. Obwohl... Glaubst du, da drauf können wir was setzen? Ja. Ich befürchte nicht, dass wir da drauf keine Gebäude bauen können. Das dachte ich mir nämlich auch. Das ist jetzt auch. irgendwie muss ja auch die die siedlung in austria entstanden sein weil das sind die häuser ja auch warte mal ja gut jetzt kann es natürlich auch sein dass es nicht da oben drauf snap weil das noch nicht gebaut ist wir brauchen dafür holzstämme und bretter wollen wir einfach mal diese strecke hier bauen zu testzwecken ja das wäre super ärgerlich wenn das nicht gehen würde ja oder wenn du die möglichkeit nur freischaltest indem du das im wasser baust ja das wäre auch bei dem feldschuppen oben ziemlich doof ich glaube das geht nämlich nicht medieval dynasty dieses und plattforms ok live stream das würde ich nicht sehen ha ha Geht das? Nö. Also kann man nicht auf Holzstegen bauen. Achso, nee, ich hab nicht nachgeguckt, sondern ich wollte hier eigentlich ranbauen, aber das geht nicht. Aber das muss doch eigentlich irgendwie gehen. Ja, genau genommen ist es ja keine richtige Plattform, ne? Hm. Ja, weil die Fischerhütte kann man im Wasser bauen, ne? Ja. Ja. Ah, das ist ja jetzt enttäuschend. Mhm. So, bauen auf Stege. Ja. 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 Vielen Dank. Das Einzige, was man nochmal gucken könnte, wäre... Ja, lol, das geht auch nicht tiefer, ne? Loll. Ich hab was rausgefunden. Hm. Guck mal. Hölzsteg, Hölzsteg. So, ähm... Du kannst das ja drehen. Mhm. Und wenn du die mittlere Maustaste drückst, kannst du mit Q und E die Höhe verändern. Oh. Hm. Na? Aber ich bezweifle trotzdem irgendwie, dass man da drauf tatsächlich was bauen kann. Hm. Ja, allein, dass die schon seitlich nicht aneinander snappen, das sagt ja schon quasi, dass das nicht geht. Ja, auf jeden. Ich mach das hier oben nochmal weg. Das Einzige, was man noch testen könnte, wäre... Oh. Dass der wirklich so ne Kreuzung braucht. Und dann den Mittelteil selbst schließt. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das erst gebaut sein muss, oder nicht. Hm, aber ich... Warte. Aber das ist... Willenbredder. Ja, ich hol grad welche. Das ist ein bisschen schade. Hm. Von Plattformen hab ich mir nämlich mehr versprochen, als ein einfacherer Holzsteg. Ha, nicht nur du. Jetzt ist... Okay. Oh. Oh. Das war's für heute. Wir kommen zurück. Die viel wichtigere Frage ist eigentlich. Hast du vor den Experimenten gespeichert? Nein. Schade. Zielsicher nicht. Schade. 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 Okay. Okay. Hey. Okay. Okay. Ist das nervig. Okay. 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 Die. Dein ist die. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Steam Leute und und und, die haben überall geschrieben, dass man gerne das so machen möchte, wie in Ostoja Ich denke mal, es wird dazu kommen Dann müssen wir das in zwei Jahren oder drei Jahren dann doch nochmal neu anpacken So hört sich an, vielleicht ist bis dahin auch noch eine zusätzliche Map mit draußen Ja, aber man muss auch dazu sagen, dass die haben ja kurz nach der Veröffentlichung vom Crossplay schon die Brücken mit rausgebracht Und vielleicht kommt es doch dann eher zeitnah Das kann natürlich sein Warte mal, war das nicht alles in einem Update? Bei mir war das im Crossplay-Update mit drin Ja, oder so, aber das kann ich mir halt vorstellen, weil das ein sehr großes Update war Ja, viele diskutieren ja auch darüber, ob überhaupt noch Updates für dieses Spiel rauskommen Oder Neuigkeiten, Neuerungen Aber ich meine, die Roadmap für 2024 verspricht, dass 2025 auch noch neue Inhalte kommen Ja Und wenn man mal ganz ehrlich ist, einmal im Quartal eine relativ große Neuerung ist schon gut Ja, auf jeden Fall Das Einzige, was ich mir hier Mit Medieval haben die echt was geschafft Gefühlt aber mit den ganzen anderen Dynasty-Spielen Ähm, ja Die sind nicht so gut geworden Was ich schade finde, ist, dass sie definitiv mehr aus der Main-Quest machen können Ich meine, wir haben jetzt fast ein Jahr um und wir haben immer noch die Quest, bleibt wachsam So, wir können da halt nix machen und ich hab mal gegoogelt, man kommt da wohl auch nicht wirklich weiter Okay Ähm, ja Das ist kacke Was ich mir aber noch vorstellen könnte, wäre Die ganzen Erfahrungswerte, die die jetzt gemacht haben In ein Neues Spiel integrieren Und dann mal gucken, wie gut das läuft Und dann vielleicht mit Unreal Engine 5 oder so Ja Ja, nee, ist klar Eins Zwei Drei Alter Ich glaube, was hier Ganz cool kommen würde, wenn das wirklich Dynasty wäre, sag ich jetzt mal Ähm, das heißt Anstatt Jetzt man baut sich ein Dorf auf Oder Auch weiterhin ein Dorf, aber man kann noch Die nächsten Schritte der Eskalation machen Ähm So was von Okay, du hast jetzt dein Dorf gebaut Der nächste Schritt ist Du kannst, äh, eine komplette Stadt errichten Und dann auch die Features einer Stadt verwenden Ja, sowas Also Der Ansatz davon ist tatsächlich schon drin Wenn du in die Verwaltung schaust Gibt es nämlich Entwicklungsstufe Und, ähm Da stehen wir aktuell bei Bauernhof Ich lege mich sofort hin Ähm Aber bislang kann man mit dieser Entwicklungsstufe Nichts machen Okay Ja, für mich wäre dann zum Beispiel, ähm Dass man dann sagen kann, okay Ähm Wir sind jetzt zu einer Stadt geworden, ne Ähm Du hast so ein So ein Bauhaus Und, 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 ne Ähm Wir können jetzt die Häuser Upgraden zu Äh, Stadthäusern oder sowas So a la Äh, Anno oder so Ja, das wäre richtig cool Oder die Wege können geupgradet werden Dass du so gesehen Nach wie vor Medieval spielst Und dann, ähm Durch deine Warenwirtschaft Die du dann vielleicht auch noch viel größer bauen kannst Ähm Dass du dann sagen kannst Okay, wir upgraden jetzt die ganzen Häuser hier Da können mehr Leute untergebracht werden Und, und, und Ja Oder auch, dass es einfach Also jetzt nur rein designtechnisch Ja, noch andere Arten von Häusern gibt Weil, ja, es gibt drei Häuser Aber die sehen im Grunde ja alle gleich aus Ne, dass man vielleicht noch ein zweistöckiges Haus oder so bekommt Das wäre ganz cool Genau, daran muss ich nämlich auch denken Das, das, äh, hätte ich jetzt als Stadthaus dann so gesehen genommen Ja Ich glaube, die höchste Entwicklungsstufe ist tatsächlich auch Stadt Und wir sind gerade noch bei einem Bauernhof Ja Ja Ja, aber dass man das dann auch, äh, so ein bisschen anders machen kann Ich sag jetzt mal, ähm Ich hab den Eindruck, du kannst hier gar nicht groß, groß bauen Weil dafür eigentlich gar nicht die Fläche verfügbar ist Ja Ja, zumal du hast ja auch Ich mein, ich hab die Begrenzung jetzt auf 200% hochgesetzt Und wir haben trotzdem in Anführungszeichen Nur 140 Häuser, die wir bauen können Oder Gebäude Und wir haben jetzt schon 33 Ja, genau So, aber ich denke mal, das ist dann mit der, ähm Äh, da kommt dann die Engine ans Ende Oder, äh, die Programmierung, wie auch immer Das denke ich auch Aber, das wär halt für ein zukünftiges Spiel Vielleicht sind die da auch schon die ganze Zeit dran am entwickeln Das weiß man ja nicht Ähm Aber sowas wär halt cool Wenn du dann auch sagen kannst Okay, wir, äh, upgraden jetzt die Palissaden zu einer Stadtmauer oder sowas Ja Oder dass du dann nicht mehr aus, ähm First Person bauen kannst, sondern Äh, wie bei Mana Lords baust du Mhm Also die, die, du setzt die Baustellen und so weiter Und dann kannst du Oder die Bauplots werden so gesetzt Aber du kannst dann selbst Im, äh, First Person dann halt spielen Und die Sachen machen, wie sie passieren Kannst halt Quests und so weiter machen Auch noch auf Jagd gehen Ja, dass man zum Beispiel so eine, ähm So ein, wie so ein Rathaus quasi hat Äh, wo man dann Also wenn man dann da reingeht Und an den Tisch dann quasi dran klickt Dass man dann in so eine, so eine Flugperspektive kommt Die Gebäude platzieren kann Und dann, wenn man die fertig platziert hat Sind das halt immer noch alles nur Blueprints Und dann geht man aus dieser Vogelperspektive raus Und, äh, geht dann, äh, in First Person hin Und baut die Sachen Ja, genau Das, ich glaub, das wär mega Auch für, äh, dann müsste aber die, ähm Definitiv die, äh, die Welt Größer werden Hm Ja, dann ist das, was man hier zur Verfügung hat Definitiv zu klein Beziehungsweise So klein ist sie nicht Man hat nur viele Stellen, wo man einfach nicht hinbauen kann Hm Also Was ich hier als Problem eher sehe Ist, ähm Das ist alles sehr hügelig Hm Vielleicht liegt das auch an der Map Aber Auch die alte Map fand ich sehr hügelig Ja Ja Zu hundert Prozent Also ich glaube, da müsste die ein bisschen flacher Dann wär vielleicht ganz geil Und dann könnte man das halt auch mit einer Dynastie richtig machen Sag ich jetzt mal Ähm Weil du Kannst dann ja wirklich sagen Okay, du bist jetzt vom Bauernhof Bist du aufgestiegen zum, äh, Stadtherrn Und dann, ähm Durch deine Reputation und, 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 und Könntst du dann ein eigenes Königreich gründen Oder sowas Ja Oder Fürstentum Und dann noch weiter Hm Aber da weiß man halt nicht Ob das nicht ein bisschen übertrieben ist Ja Ach, pipa la pup Wüsste es übertrieben Ich reise mal nach Skauki Hm Nehm da noch die Quest an In Ostoria müssen wir die Quest noch abgeben Am nächsten Tag Ja Was ich auch cool finden würde Das könnte man vielleicht sogar in Dem Spiel hier eigentlich auch schon integrieren Oh Gott Wölfe und Bären Ähm Wäre der Punkt Dass man nur noch, äh, die Bauplots hat Die eine Größe vorgeben Und, ähm Das Haus wechselt zwischen Drei, vier, fünf verschiedenen Modellen oder so Aber das kannst du halt nur mit Dekorationsaspekten machen Ja Aber dass dann zum Beispiel auch, äh, Räume da drinnen entstehen Weil jetzt aktuell ist es ja wirklich nur, ähm Wie ein Kind ein Haus gemalt hat Nur in drei verschiedenen Größen Genau Und ein großes Haus Wo quasi Alles in einem Raum drin ist Ja, genau Oh, auch noch ein Wildschwein Das fand ich bei der einen Fallout 4 Mod geil Oh, noch ein Wildschwein Ähm Du konntest da wirklich So Plots bauen Und je nach Stufe des Plots Haben die sich eigene Häuser entwickelt Und der hat irgendwie Pro Plottyp Zehn Häuser gebaut oder so Hm Das heißt In deiner Siedlung gab es vielleicht dann Drei Gleiche Häuser oder zwei Hm Genau, Zuschauer Ausgehend vom Spieltitel wäre Burgbau angesagt Hätte ich nämlich auch Also wenn, wenn man rein den Titel liest Ähm Wird man ja davon ausgehen Ja Und das Dynasty hier drinnen ist eigentlich nur, ähm Wenn dein Kind 16 ist und du stirbst Kannst du mit deinem Kind weiterspielen Und mehr ist es ja so gesehen nicht Wie alt kann man hier eigentlich werden? Äh, ich hab ein Video von, äh The Spiffing Brit gesehen Der ist 370 Jahre alt geworden Bitte was? Ja Cool, das ist auf jeden Fall realistisch Hm Mm Ja, aber das finde ich ein bisschen schade, dass das der einzelne oder der einzige Punkt ist, wo da wirklich ein Dynasty drinne vorkommt, dass du hier nicht irgendwie, weil eigentlich baust du dir ja keine Dynastie auf, also im eigentlichen Sinne, sondern einfach nur, ja, du baust ein Dorf. Ja, du baust ein Dorf. Kann das sein, dass im Winter keine Kräuter wachsen? Ja. Verdammt. Ich darf jetzt keinen Schaden mehr bekommen. Oh. Oh. Ja, das waren jetzt insgesamt sechs Wölfe und drei Wildschweine. Äh, vielleicht kannst du gucken, ob das Dorf da eine Kräuterhexe hat, die verkauft auch Heiltränke. Uh. Ich hab kein Geld. Obwohl, ich könnte mal eben das ganze Fleisch braten, was ich hab. Geht das an diesem Feuer? Nein, du musst hier separat irgendwo ein Lagerfeuern platzieren. Das ist auch wieder sowas, wo ich so denke, alter. Mhm. Mhm. Hello da. Whatever you need, I've got it. Das war's für heute. Nehmen wir erstmal die Quest an. Was wollt ihr denn von uns? Oh wow. Jetzt muss ich hier außerhalb der Map irgendwie gucken, dass ich Baumstämme bekomme. Und Zuschauer, noch bin ich nicht tot. Vielleicht werde ich gleich vom Baum erschlagen. Das war's für heute. Das war's für heute. Holzstämme alle mit. Gut. Oh. 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 Hast du ein bisschen genäht? Was? Nee. Bei mir wurde gerade die Näherei freigeschaltet. Ja, nee. Ich hab Fladenbrot gebacken. Oh. Oh ja. Oh ja. Oh, in Pistovia. Und was ist oh ja? Ich mach jetzt Rührei. In echt oder in Game? Äh, im Game. Achso. Ja, das wäre an sich auch ziemlich lustig von einem Eichhörnchen gekillt zu werden. Hm. How do you do? Ah! Hallo da. Also Zuschauer, da fällt mir noch nicht mal eine Antwort drauf ein. Oh mein Gott. Da fällt mir jetzt auch nichts zu ein. Hallo da. Whatever you need, I've got it. Have a nice day. Greetings. Also du bist ja wahrscheinlich jetzt noch so lange online, dass wir die eine Quest noch abschließen können. Ja klar. Super. Dann müssen wir eigentlich nur noch bis zum nächsten Tag warten. In zwei Stunden und 45 Minuten. Wow. Mal. 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 Amen. Amen. Und was machst du gerade? Brühe Eier. Ah. Wie viele denn? 25. Okay. Alles einzeln oder was? Nee, ich musste nur noch mal zurück zum Lager gehen. Ich hatte nicht mehr genug Eier. Ah. Und ich würde dann jetzt gleich eben vorm Schlafen gehen auf jeden Fall noch. Die, ähm... Nee, Erreihstufe 2 platzieren. Jo. Ist die größer als die Einser oder Upgraded? Äh, nur geupgradet. Ah. Sie hat das Dorf entmannt. Da laufen jetzt nur noch Olnuchen rum. Oder Norbertas. Ja, Norbertas trifft das sehr gut. Hm. So. Mm-hmm. Ja. Wärme. Wärme. Ja. Ja. Wärme. Amen. Also ich muss ja sagen, das mit den Laufstegen hat echt die Frustration nach oben getrieben. Ja, ne, total. Ah, die ganze schöne Planung dahin. Mhm. Oh, jetzt die Fix, wo ist die Näherei hin? Da. Alles gut. So, jetzt schmeiß ich mich eben hin. So, dann spreche ich mal mit Yannick. Yannick hat sich auch noch nicht gemeldet. Scheiße. Hat das gut gepasst. Ja. Ja. Wolltest du da über das Loch vielleicht ein Pflaster kleben? Ja. Ja, dann über die Löcher. Ja, dann hast du noch was zu tun. Dann kann ich noch ein bisschen spielen. Ja, ich mach ja gleich aus. Das heißt, jetzt hab ich mir gerade noch ein Kaffee eingefügt. Wow. Ach, das Kind, ja. Ich würde sagen, das war's dann heute mit Medieval Dynasty. Mhm. Dann kann die Frustration am Dienstag starten. Wenn wir dann Tonfläschchen, Wolle und Leingewebe an den seltsamen Jungen liefern müssen. Oh, das ist nämlich das letzte, was er haben will, glaub ich. Oh mein Gott. Ja. Oh, cool. Das müssen wir auch noch machen. Vogelscheuchen? Ja. Auf jeden Fall. Also, vielleicht haben wir das sogar schon gekauft, die Vogelscheuche. Oh. Und den Taubenschlag im Übrigen auch. Oh. Also, ich find das hier kacke. Wieso können die hier ein komplettes Haus haben auf dem Wasser? Ich mein, man muss die, ähm, muss die Plattform ja nicht mal selber wirklich platzieren, sondern man kann ja einfach sagen, sobald das Haus ein Stückchen ins Wasser ragt, packt das Spiel das einfach auf ne Plattform drauf. Ja. Das ist für das Spiel wahrscheinlich auch noch viel einfacher. Ja. Wenn man dann drumherum bauen will, snappen die Plattformen halt einfach an die, äh, an das Haus selber dran. Ja. Also, würd ich halt genauso machen. Weil die Grundlage dafür müssen die ja schon geschafft haben. Äh, geschaffen haben. Ja. So, dann weichere ich mal. Jo. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Ström und, äh, dann hört man sich spätestens am Dienstag. Dankeschön. Ansonsten nochmal morgen, wenn man nochmal, wenn man es doch vielleicht mal geschafft hat, jeweilige Clips auf, auf, äh, SCG zu finden. Okay. 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 Dann, äh, schönen Abend dir, viel Spaß dir und, ja, bis Dienstag dann spätestens. Jo, bis Dienstag, bye-bye. Ciao. 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 So. 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 Also, ich pass grad den Titel an. Ich würd... Ne, ich mach kein Feierabend. Äh, Manni, äh, hat Feierabend gemacht. Muss jetzt los. Genau. Ich würd nochmal eben fix die, äh, Fenster bei mir zumachen und einmal eben auf Klo hoppen. Also, bisch gleich. Ich würd noch einen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 So. 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 Okay. Geht es zur Verwaltung, Forschung? Okay. Verwalten. Forschung. Dann. Schmieden von Waffen. Schmiede Waffen. Anfertigung. Jetzt ist es an der Zeit mit der Anfertigung von neuen Gegenständen zu beginnen. Baue eine Werkbank und mach dich mit den Hinzufügen und der Verwaltung von Produktionsaufträgen vertraut. Beachte, dass manche Aufträge auch fehlgeschlagen können, wenn sie von Überlebenden mit niedriger Fertigkeitsstufe ausgeführt werden. Du kannst mehr Aufträge auf demselben Gerät durchführen lassen und sich nach Prioritäten sortieren. Du kannst außerdem Produktionsgrenzen festlegen und die erlaubten Zutaten anpassen, sofern möglich. In diesem Tutorial kannst du beispielsweise Stoff zur Anfertigung eines Kurzbogens verwenden, anstatt wertvolle synthetische Textilien zu füllen. Wenn auf der Anfertigung von Waffen warstätigkeiten macht, dann lass mich auf die Anfertigung zu füllen. Zum So. Oh, eine Werkbank. So, wähle Werkbank. Anfertigen. Äh, Heisäuber. Ah, bis 10. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Nice Hmm 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 So Habe ich denn schon 10? Ne Okay Okay Muss ich dann nochmal welche Äh Sind das hier die einzigen noch? Oh Gott Okay Okay Hmm 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 Okay Hmm 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 So was äh Mach ich denn gerade falsch? Oh habe ich keine Lagerfläche Möglichkeit mehr? So Hmm 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 Geht das Tutorials weiter Hmm 15 auf Lager So Bis... Ah! Waffe anfertigen... Kurzbogen... Okay. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, Waffen anfertigen, Kurzbogen, den rausnehmen Okay, gut man, du hast ja abgeschlossen, du weißt, was du... Okay, nächstes Tutorial Okay, schlechte Neuigkeiten, ein Überlebender, Mackie ist krank, aber dir fehlt es dann richtig, um ihn zu behandeln Sie liegt momentan nur im Bett und hofft auf eine Behandlung, die sie womöglich nie kriegen wird Zu allem Überfluss lauert eine Gruppe von fallsehentlich aussehenden Insekten schon eine ganze Pfeile vor dem Lager Ein Angriff steht zweifelsohne bevor Kümmern wir uns zuerst um die Kampfsituation, überprüfe dafür die Fertigkeiten aller Überlebenden Um die Besten für diese Aufgabe zu finden Ich sehe sie anschließend mit einer Waffe aus Kampf Ja Speer Okay Da Connor jetzt kampfbereit ist, liegt es jetzt an dir, ihn in die Schlacht zu führen Nutze die Einberufung anzuhören, um die Kontrolle über ihn zu übernehmen Und dadurch kannst du ihm sagen, wohin er gehen soll Okay Bedenke, dass wir über die Nicht-Einberufung vor Gefahren flüchten, selbst wenn sie mit Waffen ausgerüstet sind Einberufene Überlebende handeln hingegen erst, wenn du ihnen einen Fehl erteilst Die meisten gewöhnlichen Aktionen stehen während der Einberufung nicht zur Verfügung Okay Gucken wir mal, ob er das hinkriegt Gucken wir mal, ob er das ist Okay Da die Gefahren nun beseitigt, ist es an der Zeit, dich um die Versorgung der Kranken und Verletzten zu kümmern Zum Zweck dieses Tutorial hat ein Kämpfer mehr Schaden erlitten als üblich Der Schmerz sorgt dafür, dass der Kontinuum verliert und Bewusstsein verliert und schließlich ohnmächtig wird von einem anderen über den Grett und behandelt und wird gelegt Während Connor gerettet wird, können wir uns seine Wunden ansehen, um mehr Informationen über Symptome und Behandlungsmöglichkeiten zu erhalten Gula anschließend die kranke Maki aus dem Mett, um die Handbehandlung zu beginnen Sie verfügt über die höchste Heilungsfähigkeit Ah, Maki läuft schon los Okay Er fordert keine Medizin Verbände, Verbände, Verbände Okay Da du Maki nun angewiesen hast, nicht auf ihre Behandlung zu warten, wird sie ihr Bett verlassen und wie üblich ihrer Aktivitäten nachgehen Wenn sie die nötigen besorgen, den Connor und so Okay Du hast nur Heilseiber und Verbände, die zwar bei der Verletzung helfen, aber nicht bei Krankheiten ausrichten können Es würde eine Weile dauern neulich mit die Gemeinde zu erforschen und herzustellen Deine Reimpfung ist also erste Hilfekästen zu finden, mit denen Inhalten beinahe alle gegen Gesundheitszustände behandelt werden können Zeit auf Plündertour zu gehen Zeit auf Plündertour zu gehen Okay 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 Maki aus, auf Behandlung warten Du hast alle geheilt Überlebende können einen Nachkampf sowie eine Verkaufswaffe ausrüsten und wechseln je nach Distanz zum Ziel die Waffe Rüste dein Überleben mit der neuen Laserfrau und probier es an der Überwachsen So So Okay 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 Oh Okay Nächstes Tutorial Überlebenszufriedenheit Ein weiter Tag im Paradies Der Welt angezeigt Alle Infos zur Zufriedenheit findest du im Zufriedenheitsreiter im Infobereich der Überlebenden Wirf einen Blick drauf, um zu sehen, wie du die Bedienung im Lager verbessern kannst Okay Werfen zusammenbruchs, nicht ausreichend Nachkampf, wenig Beschäftigung, As stehend, gestörter Schlaf Tische und Stühle schon mal davon gehört Was ist das? Die Bedienung im Corona-Berna-Berna-Randau Die Bedienung im Bereich unter dem Hauptraum Es gibt ein'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n Die Überlebenden hatten jetzt ein Essensgelenk, aber die verfügbaren Notrationen sind nicht gerade appetitlich und sollen deshalb nicht mehr durch Koch lösen. Eine Möglichkeit ist, die Rationen zu kochen und Geschmack zu verstärken, aber du kannst auch die Gerichte dazu bereiten. Bedenke, dass Notrationen und Originalzustand sehr lange haltbar sind, deshalb empfiehlt es sich für Notfälle aufzubauen und sie nur dann zu kochen, wenn sie... Ja. Wähle ein Lager aus. Notration. Schnelles Rezept, gekochte Notration. Notration. Oh. Fleischsuppe. Fleischsuppe bis 2. So, deine Überlebenden werden früher oder später mehr Nahrungsvielfalt fordern. Sie werden nach neuen, essbaren Dingen suchen, unter anderem auch Ruhe Nahrung. Mache diese Ruhe Nahrungsmittel, können schädlich sein. Falls du lieber auf Nummer sicher gehen möchtest, kannst du Verzehr dieser Nahrung verbieten. Wähle einen Überlebenden. Einschränkungen, wo es Essen verbieten. Die Sicherstellung einer kontinuierlichen Versorgung mit gekochter Nahrung ist unerlässlich. Daher ist es nicht zu empfehlen, es wird sich auf Dauer ausschließlich auf geplündete Rationen gelegen zu verbessern. Zum Überleben haben die lokalen Glitzerkappen bereits studiert und sich dabei genug Wissen angeeignet, um sie anzubauen. Die Ernte von Glitzerkappen ist besonders nützlich, da man Heilseibe daraus herstellen oder sie schnell zu einer Gemüsesuppe verarbeiten kann. Lass uns eine Farm platzieren. Ein Überlebender wird dann direkt mit dem Anbau beginnen. So, Anbau und Nutzpflanz mit Glitzerkappen. Okay, direkt Bösen sind nützlich, um Dinge schneller zu erledigen. Bei jeder ausgewählten Aktivität werden die dazugehörigen Fertigkeitsstufen aller Überlebenden angezeigt. Walten, Aktivitäten. Kochen für den, über den, okay. Ernten, eins. Und, äh, Pflanzen, eins. Okay, die Entspannung, die die über den genießen oder auch nicht, ist eng mit der Zufriedenheit verknüpft. Du kannst sie im Hauptreiter im Infobereich und hinweisen zu ihrer Sorgen und Freunde benutzen. Okay. Die Überlebenden entspannen sich in ihr bei Spazierengehen oder indem sie sich einfach hinsetzen und ein wenig rassen. Früher oder später werden solch einfache Aktivitäten zur Entspannung jedoch nicht mehr ausreichen und du wirst für mehr Funktion sorgen müssen. Die Überlebenden haben bereits eine seltsame lila Pflanze entdeckt, die vielleicht als nötiges Material für unterhaltsam neues Gerät liefern könnte. Ein Schlagpfahl. Ein Schlagpfahl. Pflanzleder. 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 Oh, er pflanzt. Nice. Vergnügen. Baue einen Schlagpfahl. Oh. Die nötigen Mittel zur Entspannung bereitzustellen, bedeutet nicht immer, dass die Überlebenden auch Zeit dafür haben. Abhängig von der Aktivität und Befehlen, die du ihnen festlegst, haben sie vielleicht nur Zeit für einen schnellen Imbiss und müssen dann wieder ins Bett. Dabei kommt Zeitplan zu tragen. Dort kannst du den Tageslauf aller Überlebenden anpassen und Entspannungszeiten festlegen, falls du es für notwendig halten solltest. Du kannst ruhig mit verschiedenen Kombinationen Experimente um experimentieren, um herauszufinden, welche am besten für deine aktuelle Situation geeignet ist. Okay. Quatsch. Okay. Quatsch. 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 Je weiter du deine Basis vergrößerst und im Spiel voranschreitest, desto mehr Aufmerksamkeit der lokalen Fauna wirst du erregen. Tierangriffe werden stärker und wenn dich neue Gegner und Herausforderungen erwarten. Es ist Zeit an deiner Basis zu befestigen und den Verlauf im Kampf zu kontrollieren, indem du deine Gegner dazu zwingst, bestimmte Routen einzuschlagen, die sie in deine Fallen führen. In diesem Tutorial findest du ein Beispiel für die Basis-Verteidigung, aber schau dich nicht davor anschließend mit eigenen Kreationen zu experimentieren. Zaun. Stein. Okay. Placide. Den letzten Abschnitt. Zauntor. Du hast den Einkommen eingezeugt, sodass alle auf die einzelnen Verbleibenden durchgehend sind und die Tore. Du kannst sie überleben, wir finden sie zu schließen und zu helfen, um das guten Eingangriffe zu beeinflussen. Aber bedenkt, dass die Türe Mauer und Tore einfalls können. Okay. Kommen wir zunächst, nächstbesten Freund in deinem Asse, die fallen. Sie halten den Gegner, der darauf tritt, vor wie wir fest ein Tor. In deinem Basis des Bereichs durchfallen, geschützt, schütze auch die anderen. Okay. Fallen. Schütze auch die anderen. Die anderen. Vielen Dank. Okay. So. Dir ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass diese Teile zu einer Tür ist. Dabei handelt es sich um eine Befenstigung, die deutlich stärker ist als eine Einfarnitale. Das alles Dings. Du kannst überleben, nicht über den Zaun schießen und wenn du auch zu... Kannst du die Tür platzieren und auf die überlebende Tür... Genau, okay. Okay. Die letzte Verteidigungsmöglichkeit, mit der du dich vertraut machen solltest, ist der Flammenwerfer. Dabei handelt es sich um ein automatisches Vervorrichting, der mich auf Flüssigkeit-Treibstoff setzt, um einen Erfolg zu verschießen, der durch Tiere auslöschen wird, sobald sie sich davor aufhalten. Er funktioniert hervorragend in Kombination mit Pfeilen, die die Angreifer bewegungsunfähig machen, während sie vom Flammenwerfer geröstet werden. Sieht dir an, wie der Flammenwerfer in der Nähe des Häuser... Oh, baue ein weiteres Zaun-Turs. Beachte jedoch, dass das... ...dass auch überlebende Schaden durch die Flammen erleiden. Sorge also dafür, dass sie während des Kampfes nicht in der Nähe aufhalten. Wanderweise... Okay. Verteidigung zu testen, folge den nächsten Schritten, um den... ...bevorstehenden Skarabai-Angreif abzuwehren. Wegen den Pseilien während der Schlacht-Neufalls-Nötigung zu versuchen. Okay. 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 Gute Arbeit. Bist bereits für eine größere... Die Kreische. Die sind so viel bei den Fernkampf. Kasse ich also auf diese... Okay. ... Ich vermische ich aus dennoch. Ich füge meinen Geist, Ich füge den Mund. Musik Musik Und wo kommen die Kreischer? Okay. 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 Okay, irgendwie das Spiel ist nichts wahres, muss ich leider so sagen. Und das ist irgendwie zu langsam, zu langweilig, kann ich das so sagen. Ich glaube, da ich jetzt schon einiges gelernt habe, ich spiele wieder Medieval. Das ist gerade so ein harter Kick-In. Das ist gerade so ein harter Kick-In. Das ist gerade so ein harter Kick-In. So. Oxbow, alleine. Spieleinstellung anpassen. 10. Schwierigkeit einfach. Freude Limit. Ereignisse und kein Hunger. So. 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 das im oxbow es ist egal wer du vorher war es zählt nur noch was das land mit dir vorhat du wirst sehen aber bevor ich noch mehr deiner fragen beantworten kann sollte ich dich mit mir genau ansehen wir müssen sicher gehen dass jeder teil von dir richtig heilt fangen wir damit an dass du mir sagst was das letzte ist was dann was du dich ich war der anführer einer wache der tross vom baumeister und ich werde okay pass auf hier meine einzige aufgängste menschen zu bannen ich stelle diese frage um herauszufinden ob dein kopf richtig funktioniert ich urteile nicht wenn du lügst redest du dich damit nicht an den arsch du erschwerst mir nur die arbeit ich habe die spuren an deinen handgelenken gesehen du warst keine wache ich habe keine ahnung wovor du redest wie du willst wir sind hier fertig gehe und sprich mit den kastellanen okay er hat hier das sagen wenn du dich krank oder schwach fühlst komm zu mir aber ich dulde keine weiteren lügen mehr okay was läuft denn da oben da rum hör auf mich zu belästigen siehst du nicht dass ich oh du bist du hast dir zeit gelassen guten tag mein herr wie du gewünscht hast bin ich hier äh was willst du von mir weniger reden mehr zuhören bauer meine zeit ist kostbar pass auf in der vereinbarung mit deiner gilde ging es um einen ganz anderen tross baumeister handwerker architekten und mengen an materialen alles was du zur erschaffung einer neuen siedlung benötigen wirst das einzige das ich stattdessen bekommen habe bist du es ist nicht meine schuld dass ich bin noch nicht fertig mit drehen also weil deine leute beschlossen haben sich überfallen und abschlachten zu lassen wollen deine freunde in der gilde nichts und niemanden mehr schicken das ist nicht das was wir vereinbart haben doch ich bin zu müde und zu beschäftigt um zu versuchen ihre vernunft einzureden also wirst du genügend müssen genügen für was um die siedlung neu zu errichten natürlich ach das sicher ein kinderspiel das höre ich gerne aber wenn ich nicht im geringsten an deiner folgen glauben immerhin bekomme ich hier endlich ein wenig begeisterung zu hören mach dir keine sorgen ich weiß was ich tue nun vielleicht habe ich dich unterschätzt begeisterungsfähigkeit selbstvertrauen vielleicht bist du ja doch etwas wert grubschartig geh zu der wind der ist mein quartier meister solltest du etwas brauchen belästige ihn damit nicht mich das werde ich und eins hätte ich beinah vergessen hiermit gewählt hier das bla 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 du kannst nun auf jedem unbewohnten stück land zu bauen beginnen das dir gefällt vergiss nur die steuern nicht zweitens mit die wild dynasty die ein standort hier oben soll auch eine mine sein aber das ist arschweit könnten hier hier soll eine mine sein könnten wir diese fläche hier nutzen das müssen wir uns angucken und eine soll noch hier sein und das hat mich aktuell nichts also das eine spiel was ich gerade gespielt habe stranded das war nicht so meins und ja, ich wollte mal spielen. Ich bin froh, ich bin froh, dich wieder bei guter Gesundheit zu sehen. Ich bin der One, Pistovios Quartiermeister. Der Kastellan hat mir gesagt, ich soll mich an dich wenden. Ich verstehe. Erlaube mir dir, deine Situation ein wenig genauer zu erläutern. Unser Herrscher tendiert dazu, mitunter ein wenig kurz angebunden zu sein. Das ist noch milder ausgedrückt. Nun, deine Gilde wurde in den Oxbau eingeleitet, um neue Siedlungen zu gründen, die sich mit der Zeit zu einer starken Verbindung Pistovios entwickeln kann. So viel habe ich verstanden. Äh, nee, die andere Map habe ich zu oft gespielt und und ich finde die Map hier eigentlich ganz cool und, äh, was ich gedacht habe, dann kann ich noch so ein paar Sachen erkunden, die dann vielleicht in unserem Dienstag- und Donnerstag-Stream ganz hilfreich und interessant wären. Dachte ich mir zumindest. Du wirst dich wahrscheinlich fragen, wofür braucht Pistovia ein solches Verbinden oder was bedeutet es wirklich, ihr Verbündeter zu sein? Diese Fragen sind schwer zu beantworten. Keine Frage, manchen würde es sogar sagen gefährlich zu stellen. Äh, Entschuldigung, vergiss, was ich gesagt habe. Ich wollte damit nicht andeuten, dass du dich irgendeine Gefahr befindest. Der Oxbau ist ein wunderbarer Ort. Abgesehen von hungrigen Wölfen und dem ein oder anderen betrunkenen Abenteuer, der zum Gesetzlosen geworden ist, hast du nichts zu befürchten. Sei nur vorsichtig, wenn du, wem du dein Vertrauen schenkst. In Ordnung, der One. Gut, gut. Während du dich mit dem Kasselan unterhalten hast, habe ich ein paar Dinge in der Kiste neben Sedo Wiens Krankenhaus für dich bereitgelegt. Es ist nicht viel, einige wenige Gegenstände, die wir nach dem Gemetzel behergen konnten und ein paar nützliche Dinge, die dir den Anfang erleichtert werden. Vielen Dank. Das ist dann alles. Das Einzige, das noch zu tun ist, ist dich dort hinaus zu gehen und alles zu erkunden. Streife umher und finde den besten Platz für die neue Siedlung. Ich bin sicher, dass du gut zurechtkommen wirst. Oxbau, ich komme! Okay, viel Spaß. Hammerhart, Holzhammer, Stöcke, Krähen, Salz. Ich bin mir sicher, dass ich so sehe. Okay, vor allem, wir holen uns jetzt rote Beete. Danke, ich hole rote Beete. Ich dachte, hier. Ich habe mir gerade geguckt, wo noch weitere Minen sind. Oh, ich sollte vielleicht erst mal hier soll eine sein. oder hier. Ich wollte mir diese Location hier angucken. Hm, da. Das war's. Das war's. Das war's. So, dann gucken wir doch jetzt mal. Das war's. Das war's. Das war's. Kleinen Moment. Das war's. 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 etwas nervig sind. Ich glaube, das finde ich ganz cool. Äh, nee. Was war das hier? Verhältnisse. Weidekorb. Bauhammer. Ja, das finde ich gut. Gewinnung nicht, ähm, lagern. Oh. 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 das können wir dann als dorf beginnen nehmen das finde ich ganz geil runden hoffstoffe sammeln ok ja 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 das finde ich super also fängt hier das dorf an zieht sich hier lang können wir hier auch ein zweites haus hinsetzen geht dann hier so rein ja ok wo haben wir denn die schaufel 6 ja Jo. Hier finde ich das gut, dass die ganzen Bäume noch stehen. So. Nerf nicht rum. Okay. Materiallager. Was wollte ich sagen? Also. Ich kann mir da echt was Gutes vorstellen. Okay. Hey. Okay. So. Also. Ja. Ich weiß, dass ich Wasser brauche. Oh. Das ist ein bisschen weit weg. Gewinnung. Dann den Brunnen. Oh ja. Zwischen zwei Bäumen. So. Und dann die Idee war es hier mit dem Zaun und dann hier an dem Weg eine Palisade langführen. Dann könnte man hier vielleicht ein Haus hinsetzen. Großes meine ich damit. Hm. Hier eine Bank. Das dürfte gut passen. Okay. Okay. Wird hier eigentlich das Spiel pausiert, wenn ich... Ja. Anscheinend. Okay. Ähm. Ich müsste einmal eben kurz weg. Ich würde einmal eben auf Klo laufen und einmal das Trinken austauschen und dann sehen wir uns gleich wieder in Medieval Dynasty. Also. Bis gleich. Holt euch was zu trinken. Äh. Falscher Knopf gedrückt. So. Holt euch was zu trinken und dann sehen wir uns gleich. Bis gleich. Tschöö. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wascher brauchen wir nämlich zwischendurch auch mal. Wascher brauchen wir nämlich zwischendurch. So holen wir uns Stroh. Wieder zurück. Ich glaube auch das mit der Kreuzung sieht mega aus. Ich glaube das dürfte richtig gut ins Dorf reinpassen auf Dauer. So. 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 Hier könnte man die Schmieden und so weiter hinsetzen, dass das einfach ein cooler Eingang ist. Hier Palisade runter. Hier den Eingangsbereich. So. Jagdhütte. Nice. Dann sollten wir noch Rucksäcke und so weiter holen. Und gegen Leute kämpfen. Ja. 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 Ich wollte jetzt gucken, ob ich hier ein Materiallager hinstellen kann. Dann wäre das genau mittig eigentlich. Leute. Lagerung. Und hier könnte man vielleicht, wenn das gebaut ist, noch ein Haus hinsetzen. Ja. ok spaniere blute so was haben wir denn wir haben zwei holzhämmer brauchen wir nicht irgendwo für holzhämmer tagebuch aber h zwei holzhämmer rücker das leben krähen und salz und hier können wir das können wir straight up als deko verwenden für unser holz erdgebiet krähen das könnten wir auch gleich machen prüfmodus ok so ich glaube das dürfte richtig nice aussehen schade dass man sowas hier noch nicht bauen kann irgendwie ich habe zwar gesehen wie die das so ein bisschen geschießt haben weil sie dann einfach bretter auf dem boden gelegt haben aber naja zudem müssen wir holzhämmer hallo da so und krähen so und krähen so und krähen so und krähen Oh. Okay, hier sollen auch noch Krähen sein. Verdammt. Kaminchen. Kaminchen. Habe ich eigentlich Spitzhacke am Start? Nee, habe ich die da drinnen? Steinachs, nee. Ah, Holzstamm und Stein. Okay. Drei. Drei. Vier. Gucken wir mal nach Salz. Salz ist schon mal sehr wichtig. Steine. Kaminchensteine. Zimt. 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 Ja, sauber. Hebe ich gleich die Steine auf und lasse sie alle wieder fallen. So, dann zimmern wir das mal hier drauf. Oh. Danke, wünsche ich dir auch und einen schönen, angenehmen Abend. Und fahr vorsichtig auf jeden Fall. Und dann bis morgen in alter Frösche, würde ich sagen. Dann nachher eine gute Nacht und so weiter, ne? So, wir müssen noch Krähen finden. Bis morgen. So, noch zwei Krähen. So, noch zwei Krähen. Krähe, krähe, krähe. Krähen. 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 Wieso, finde ich keine? Füchse. Verdammt. Äh. 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 Liegt da noch irgendetwas rum? Nee. Kann man da noch rein? Konnte man? Nee. Okay. Show. Oha. Hi. Händler finden. Okay. Steinsperr. Jetzt suchen wir noch weiter nach Krähen. Ich glaube das sind Tauben. Tauben. Söderlö. Wir brauchen Krähen. 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 Oh. Das ist eine Taube. Gerade durch. Ja. Toll. Oh. Oh. Okay. Fertig. Wir kennen den Tagebuch. Suchen wir den erstmal. Wir geben ein bisschen Gewicht ab. Wahrscheinlich nicht, dass kein Kind hier. Wie geht's? Gut. Verwaltung von Dorfbewohnern. Reputation hochgegangen. Äh, und dann einmal auf die Marktfläche. Da wollte ich noch, äh, bei dem Stoffhändler. Zeig mal, was du hast. So, Bogen. Den kann ich verkaufen. Kupferpfeiler. Ausnüchterungstrank. Bette, Decke, Tonbecher. Beide Kiste. Okay. Jetzt könnten wir einfacher, großer Rucksack. Okay. 55 können wir tragen. Nice. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Okay. Nein. Ah, noch einen. Oh. Ist der durchgeflogen? Ja, das ist durch die Erdoberfläche geflogen. Ja, das ist durch die Erdoberfläche geflogen. Ja, das ist durch die Erdoberfläche geflogen. Noch eine Krähe. Vielleicht in der Stadt noch einmal. Ja, das ist durch die Erdoberfläche geflogen. Ja, das ist durch die Erdoberfläche. Wow. Wow. Ha. Super. Haben wir die auch? Und wir sollten was trinken. Tagebuch. Auch keine Feste für Krähen. Ja, ich weiß, dass es Zeit für ein Beverage ist. Ja, ich weiß. Es ist Zeit für ein Beverage. Cool! Ich weiß, wie ist dein Leben? Wie ist dein Leben? Gut wieder? Diplomatie, schön, kommen wir jetzt wieder zurück ins Dörpe, ins Dörpe und dort bauen wir als erstes das Materiallager, damit wir Sachen speichern können, dann bauen wir den Dorn. Ja, ich glaube ja. Hier könnten wir das Holzfäller. Okay, bauen wir als erstes das fertig. Okay. 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 Und wieder dasselbe Bäume fällen, Bäume fällen, Bäume fällen. Nice Holzschuppen. Okay. 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 Nice. Oh, der fehlt noch. Cool. Damit haben wir das eigentlich auch alles fertig. Und dann brauchen wir jetzt nur die ganzen Holz Stämme. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, wir gehen mal schlafen im Dunkeln zu arbeiten, ist das nicht so nice So Wir hätten auch bei uns im Haus schlafen können, das ist aber eine andere Sache Ich dachte gerade, ich habe eine Steam-Nachrichtigung Okay, wir gehen mal schlafen im Dunkeln Okay, wir gehen mal schlafen im Dunkeln Okay, sicher Okay, hier Gewinnung, Holzschuppen. Oh. Oha, die kosten ja alle. Krass. Okay. So. 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 Oh. So. 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 Gott. So. 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 So, Stroh, Stroh, Stroh. Stroh, 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 Stroh. Stroh, 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 Stroh. Stroh, 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 Stroh. Alter Schwede. Okay, wir lassen den Scheiß jetzt. Okay, wir lassen den Scheiß. Oh, ein Holzstamm fehlt noch. Okay, ein Holzstamm fehlt. Ha, dann haben wir gleich ein Materiallager. Ah, sauber. Was ist das? Bis zum nächsten Mal. Kupferhacke, Kupferhammer, Kupfermesser, Stein X2, das können wir auch erstmal reinschmeißen, das behalten wir, Bären rein. Kupferhacke, Kupferhacke, Kupferhacke. Kupferhacke, Kupferhacke. 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 So, äh, Grabung schuppen, ja. So, äh, neues Level Gewinnung, okay, nice, und wieder rauf da. Oh, ich brauch noch Steine. So, äh, neues Level Gewinnung, okay, nice, und wieder rauf. So, äh, neues Level Gewinnung, okay, aber, das, ah, ist wett, ist wett, ist wett. Oh, ich brauch noch zwei, und noch eine. So, äh. So, äh,iles, äh,iles. So, äh,iles, mit! Was war jetzt verlauter? Okay, dann holen wir... Was machen wir da? Ah, ich weiß. Okay. Brunnen und Holzfäller, dann laufen wir eben in das Lager. Ja? Ja. Ja? 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 Hallo. There is nothing. Verwaltung. Man braucht ein Haus. Verwaltung. So, 30. Verwaltung. Verwalt. Verwaltung. Verwaltung. So, wir müssen dann jetzt ein Haus fertig bauen. Jetzt sind wir jetzt schon außerhalb des Bereiches, nein, also Straße, ja, sauber. So. 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 So, wir müssen jetzt ganz schnell das Haus fertig bauen. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh auch mir fehlen steine und die ok jetzt brauchen wir nur noch steine damit könnten wir mit der pickaxe schön rein da ja 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 Oh. Ein einfaches Haus kann ich bauen. Show. So, kann ich das Haus die Eingangstür fertig bauen und mir das selbst dann zuweisen, sodass die anderen eine Wohnung haben, wo sie einziehen können. Verwaltung. Nee, verdammt. So, so, Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich bin gespannt, ob die weglaufen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Eben mal Stoff nachfüllen. Oh Gott. 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 Zwei Steine. Verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Oh mein Gott. Verdammt, verdammt. Verdammt, verdammt. Verdammt, verdammt. Ah Ah Gehen wir eine Runde schlafen Würde ich sagen Ah So ich würde sagen Wir kaufen jetzt gleich erstmal ein paar Eimer Damit die da ein bisschen glücklicher werden Schmuck 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ahem. Bei wem könnte ich das? Ich glaube bei dem Typ mit der Spitzhacke. Deco Kran. Einmal noch einmal. Der Eimer. Einmal Milch. Okay. 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 Was für Probleme haben sie jetzt noch? Brunnen hat kein Material. Okay. 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 Dann kaufen wir eben Dünger. Okay. Okay. Dann setzen wir das Nahrungsmittellager hinter dem Materiallager. Ich glaube, das sollte sehr gut aussehen. Okay. How can I help you!? Ah, das hat geklappt. Und dann auf Erkundung gehen. Ja. Und dann auf Erkundung gehen. Ja. Ah, das ist auch okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Cool Cool Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Und Steine suchen. Äh, warte mal. Ein Holzstab. Gehen wir in die Mine. Hm, Werkstatt. Nice. Das können wir hier... Schmiede, Werkstatt nebeneinander setzen. Schmiede. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Und wieder Holz holen. So. 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 Nach dem. So. So. Nach dem. Nahrungsmittel Lager. gehen wir auf Erkundungstour und dann müssten wir eigentlich noch einen Jäger bauen. Okay. Okay. Also hier mit den Birken ist das auch nicht feierlich. Okay. Oh, das dauert ewig. Oh, schon wieder einen Hasen getötet. Passiert das jetzt wegen den Bäumen oder wegen anderen Dingen? Okay. 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 So, dann schmeißen wir das da rein. So, dann schmeißen wir eben noch ein bisschen, hallo, hallo. Aber jetzt schmeißen wir erstmal ein bisschen das Leichefeuer an, damit wir Fleisch braten können. Was geht, Sparie? Ähm, also jetzt am Anfang habe ich jetzt einfach erstmal nur ein Nahrungsmittellager gebaut, in dem ich mir so viel Erfahrung geholt habe durch das eine kleine Feld, was ich hier gebaut habe, dass ich das machen konnte. Und dann würde ich einen Jagdschuppen bauen, dass die Leute auf Jagd gehen und dann liefern die Fleisch, was automatisch gebraten werden kann. Das musst du ins Nahrungsmittellager tun und dann nehmen die sich da automatisch raus. Und sonst, wenn die das noch nicht machen, hilft es erstmal einfach so ein Zehnerstapel Nahrung in die Gebäude reinzuschmeißen. Kurz ein bisschen Landwirtschaft machen, du kannst einfach ein riesengroßes Feld abernten. Du brauchst ja nur in Technologie, Landwirtschaft, 5 Punkte, damit du das Nahrungsmittellager bekommst. Und dann ziehen sie sich das da automatisch raus. Jo, bitte, bitte. Aber das habe ich alles durch Manni gelernt. Also, und das blöde Spiel hat mich so gehuckt, dass ich da mehr Bock drauf hatte, als auf alles andere zu spielen. Das ist auch wieder problematisch. Ja, das ist richtig schlimm. Vor allem auch die neue Map und das alles und alles neu und aktuell macht es sehr viel Laune. Und deswegen muss das befriedigt werden. Ah ja, vielleicht kommt ja demnächst wieder ein Game raus, was man so im Single spielen kann. Weil dann würde ich dann eher wieder switchen, einfach, dass ich mir das Spiel nicht madig spiele, kann man das so ganz gut sagen, ja, ne? Also, ich weiß nicht, dass ich mir das Spiel nicht mehr so gut sagen kann. Ich kann mich nicht mehr so bewusst sein. Ich kann mich nicht mehr so schön sagen. Ich kann mich nicht mehr so schön sagen. Ich kann mich nicht mehr so schwer, aber ich kann mich nicht mehr so schnell sagen. So, ein wenig auf Erkrankungstour. Bye! Bye! So, noch mehr. Oh, hallo! Oh, hallo! Die erste große Panik konnte ich vermeiden. Meine Bewohner hatten nichts zu essen oder zu trinken, weil das erste Haus, was man baut, da zieht man automatisch drinnen ein und blockiert das. Und ich stand dann da so, hm, ich hab kein Haus mehr. Oh, verdammt, oh, oh. Ja, aber jetzt läuft's. Und wir haben Spuddy in die Sucht getrieben, übrigens. Wie sieht's da bei dir mit der Verantwortung aus? Ist bei mir beim ersten Mal auch passiert. Ja, also... Ja, dafür übernehme ich gern die Verantwortung. Also, Spuddy hast du gehört, wenn du jemandem die Schuld zuweisen willst, ne? Und schon passiert. Finde ich gut. 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 Da relativ viel Platz ist und hier eine Mine direkt ist. Und ich könnte dann noch später hier oben hingehen zum Beispiel. War so eine Idee von mir. Und weil ich den Wald hier ganz cool fand. Ja, da dachte ich mir nur, dass da zu viele Berge sind. Also du meinst hier, ne? Naja. Produktion, Fähigkeiten. Hier gab es übrigens einen Punkt, wo man Loot finden konnte. Ah, direkt am Fluss. Also dann hier. Okay. Aber, äh, genau, was ich sagen wollte. Hier gab es Loot mit Baumstämmen und so weiter. Und das Teil hier. Und das fand ich nochmal ganz cool direkt hier mit dran. Deswegen habe ich den hier gebaut. So, ich will in die Richtung Häuser bauen. In die Richtung Landwirtschaft. Die Richtung habe ich eigentlich gar nichts. Könnte ich eigentlich hier. Jo. So, jetzt wollte ich wo hin. Hier gab es noch Hütten. Aber hier oben. Das sah interessant aus. So. Woher hier unten. Oh, you run. So cool. Oh cool, was ist das? Freundlich, Bedürfnis, Befehl, Spezial. Antrag machen. Will der Stein reagieren? Oh. 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 Das sieht cool aus, aber was ich eigentlich machen wollte war, ah man sieht noch nichts. Dann bin ich hier der Kugel und habe noch mal den Kugel gemacht. Ach, 80 Tonnen Scheitern. Oh. 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 Ja. Jagdwissen. Zu viel Input oder zu wenig Input? Ja. Erläutere dich. Erläutere dich. Ja, das kenne ich. Oh Gott. Ja, wenn die Wölfe dann... Das habe ich bei zig Spielen. Das ist richtig schlimm. Ich habe auch... Oder ich spiele sehr viel Minecraft und nebenbei laufen irgendwelche Streams und dann andauernd irgendwas mit den Zombies oder so. Und... Manni. Äh... Ja, bei Minecraft ist das richtig schlimm. Ich habe das Gefühl, wenn ich im Stream so durch die Gegend laufe, dass ich einen einzigen Pixelbrei habe. Ähm... Ja, das könnte wirklich dieses Enhanced Broadcasting sein, wo ich jetzt drinne bin. Und ich bin der Meinung, dass du ohne Partnerstatus erstmal auf 6000 reduziert bist. Also... Betrayed. Ja. Ja. Da, das scheint mir zu sehen. Ja, das ist gut. Ich habe zuerst schon raus. Ich bin der Restschritt. Da, das ist ja. Ja. Ich bin der Restschritt. Erläutere dich. Ich bin der Rest in den Moment. Genau, also du solltest dann doch eher gucken, dass du vielleicht die nächste Zeit erstmal auf irgendwie 930 Streams, weil das bietet eine sehr gute Auflösung und gleichzeitig mehr eine höhere Bitrate für das Spiel. Oder halt auf 720, das geht auch. Aber Twitch arbeitet ja gerade dran. AV1 zu unterstützen, was du mit deiner Grafikkarte definitiv kannst. Und, oh Gott, und oder eine höhere Bitrate zur Verfügung zu stellen. Genau, und dann linär die Skalierung einstellen. Oh, ich sollte was trinken. Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh, oh. Okay. Oh. Hey. Okay. Oh. Oh. Steinachs will ich nicht. Oh. 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 hatte ich auch bei astromatica also ich geh sehr stark davon aus dass ich das hart rein suchten werde und es hat laune gemacht und auch die wie du da bauen kannst und 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 ist sehr hart satisfactory aber du hast auch noch ne voxelworld dabei was ich mega geil finde aber ich glaube da würde ich richtig bock drauf haben da bin ich nämlich auch sehr gespannt drauf ich habe aber noch nicht geguckt ob du das multiplayer spielen kannst und was deren roadmap ist also das würde ich mir vorher noch mal angucken was die da ich sag jetzt mal so geplant haben und dann würde ich mich schlussendlich festlegen aber so aktuell sah das richtig gut aus und das also spieletechnisch für mich das einzige was ich was ich ein bisschen gemisst habe ist das beleuchtungssystem das hat für mich irgendwie noch nicht so reingepasst aber das finde ich auch ist so etwas was man vielleicht auch später dazu machen kann so Okay. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und du musst den Umrechnungsfaktor ausbedenken. Also es gibt irgendwie das 16 zu 9 Verhältnis und dann, ich glaube, die nächsthöhere Stufe von 720. Twitch Streaming, 936. Genau, 936. Genau, weil das durch 8 Watt teilbar ist und 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 und. Und dadurch erhältst du eine viel bessere Bitrate. Ich weiß nur nicht die Umrechnung von... Was dann der 1600er Part sein muss. Und dann, ich weiß nur nicht die Umrechnung von 10, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Okay, ich glaube, der hat auch noch ein Video dafür, für 936. Also irgendwas war das damit, dass dann die Berechnung einfacher ist, wodurch die Bitrate dann höher sein kann im Stream. Aber sonst würde ich mich an den orientieren. Und dann wäre ich noch ein Video für 9-15-0-10 im Video. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Nice. Untertitelung. BR 2018 So, ich würde jetzt aber Feierabend machen, weil das ist 22 Uhr. Morgen geht es wieder los zur Arbeit. Das heißt, sehr früh aufstehen. Aber super herzlichen Dank fürs Dabeisein auf jeden Fall. Und ich wünsche euch eine gute Nacht und so weiter. Und ich werde dann noch ein paar Videos aufnehmen und dann auch gleich ins Bett gehen. Und dann morgen arbeiten gehen. Aber Manni, dir morgen auf jeden Fall viel Spaß auf der Arbeit. Das erste Mal vollzeit wieder. Und Spadi, dir wünsche ich auch eine gute Nacht und bis die Tage auf jeden Fall. Morgen bin ich dann wieder so roundabout 18 Uhr online. Und ja. Ja. Gute Nacht euch allen. Danke fürs Dabeisein. Und schönen Abend euch. Und dann frohes Knechten in Medieval Dynasty die nächsten Tage euch allen. Und frönt ordentlich den Süchten in diesem Game. Dann bis dennne. Schönen Abend euch. Ciao und bis Brokkoli.